Die Sonne scheint, der Himmel lacht, die Eltern haben heut' frei. Wir packen unseren Picknickkorb und Bello ist dabei. Das Auto macht heut' Pause, wir fahren mit Bus und Bahn. Wir haben keinen Stress, wir sparen Sprit, da kommt der Bus schon an. Ob Tagesticket, Mobilkarte, VGN wünscht gute Fahrt. Der Bus, der hat nen Hänger dran, da kommt das Fahrrad rein. Vorbei geht's nun an Wald und See und Stopp, hier wollen wir sein. Ob Tagesticket, Mobilkarte, VGN wünscht gute Fahrt. Wir haben einen tollen Tag mit Spaß, Spiel und Sport. Und wenn es nachts am Abend wird, fallen wir nach Haus von dort. Ob Tagesticket, Mobilkarte, VGN wünscht gute Fahrt. Wir haben einen tollen Tag mit Besuch, Spiel und Sport. Schade, die Geschichten mit den fünf Freunden aus dem fränkischen Seenland sind jetzt alle erzählt. Aber weißt du eigentlich, dass es noch eine Menge anderer spannender Hörabenteuer gibt? Wie wäre es mit einer Zeitreise durch Nürnberg oder durchs Nürnberger Land mit dem Stadtgespenst Norle? Und wenn dir das alles noch nicht reicht, dann bist du ganz klar ein Fall für Theo Gnadzig. Mit dem alten, kauzigen Reisevogel kannst du nämlich in fremde Länder fliegen. Nach Italien zum Beispiel oder in die Türkei, nach Spanien oder nach Griechenland. Wo es die Hörspiele gibt? Ruf doch einfach an. Telefonnummer 0911 34 10 51 Oder frag bei info at wgws-kapito.de Übrigens, Kapito mit C. Kapito mit C. Kapito mit C.